Ein kleiner Lichtblick für den Tag. Sabbat 25. Mai Das Wort zum Tag steht heute in Matthäus 18, Vers 11 nach der Neues-Leben-Bibel. Jesus sagte, wenn ein Hirte hundert Schafe hat und eines läuft weg und verirrt sich, was wird er wohl tun? Wird er nicht die 99 anderen stehen lassen und in die Berge gehen, um das verirrte Schaf zu suchen? Und wenn er es findet, wird er sich ganz sicher mehr darüber freuen als über die 99, die nicht fortgelaufen sind. Genauso ist es nicht der Wille meines Vaters, dass auch nur eines von diesen Kindern verloren geht. Manuel ist der Jüngste von acht Geschwistern, die in Asunción, der Hauptstadt von Paraguay, leben. Obwohl er erst zehn Jahre alt ist, hat er bereits ein bewegtes und leidvolles Leben hinter sich. Seine Mutter ist alkoholsüchtig und daher nicht fähig, ihren Kindern Liebe und Aufmerksamkeit zu schenken. Darum verließ Manuel, wie seine älteren Geschwister, sehr früh sein zu Hause, um auf der Straße zu leben. Bald begegnete er einem Team christlicher Streetworker, die ihm einen Platz in einem Kinderheim besorgten und ein mehrmonatiges Programm zur Wiedereingliederung ermöglichten, in der Hoffnung, dass er lernt, ein Leben in Würde zu führen. Die Hingabe der Heimmitarbeiter hat Manuel bisher vor der Versuchung bewahrt, in sein altes Leben und zu den alten Freunden zurückzukehren. Ich bin Gott sehr dankbar dafür, dass er Menschen die Fürsorge, die Geduld und weitere Gaben verleiht, um junge Menschen auf den Straßen unserer Städte anzusprechen und ihnen neue Lebensperspektiven zu vermitteln. Hinter jeder Suche nach diesen verirrten und verwirrten Kindern steht der gute Hirte Jesus. Denn ein einziger fortgelaufener und verirrter junger Mensch liegt ihm noch mehr am Herzen als die 99, die bereits ein Zuhause haben. Wer nicht die Gabe oder die Berufung hat, als Streetworker zu arbeiten, kann aber für jene beten, die das tun. Wir können regelmäßig beten, intensiver aber am 25. Mai, den die Kirchenleitung der Adventisten zum Gebetstag für Kinder in Not erklärt hat. Wir können für Kinder wie Manuel beten, aber auch für alle, die mit Kindern arbeiten. Sei es als Lehrer oder Lehrerinnen, Erzieher oder Erzieherinnen, Studienbegleiter oder Studienbegleiterinnen der Bibelkurse für Kinder, Kindergottesdiensthelfer und Helferinnen und Helfer. Wenn wir ihnen, sofern wir sie kennen, dazu noch ein ermutigendes Wort sagen oder schreiben, dann werden wir ihnen bestimmt große Freude bereiten. Eli Diez Prida Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017